alle leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge die man story sei was läuft so wer mit nokia gerettet in der letzten folge noch bestimmt nicht jetzt werden wir weiter gucken wie es weitergeht hier so das war ein kontendiebe ja keine sorge ich beschütze dich so zwei e-mail nachrichten ok ich weiß es nicht mehr ich gehe jetzt mal und nur nun eins weiter mal gucken ich glaube ja nur nun eins ganz nach hinten zu nehmann zack Quatsch. Quatsch. Wir gehen erstmal nach hinten, dann checken wir nun 2 aus, wenn nun 1 nichts war. So. 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 Schade. Dann müssen wir auf Ebene 2 gehen. Gucken ob der da ist. Was wir auch da suchen, keine Ahnung. Eigentlich suchen wir Agumon und Gabumon. So. Eine Digi-Mail. Jetzt nervt's grad so ein bisschen. Viele, viele Digi-Mails. So. Dann gehen wir mal hoch. No-Loon Ebene 2. So. Ein bisschen größer machen. Aber hier ist niemand Neues. Ja. Gut. Agumon. Schön. Goblimon ist jetzt auch. Voll. Fast voll. So. Nur mal den langen Weg gehen. Nicht nie, aber oft mal den langen Weg. Ab und zu mal den kurzen. Ja. Boots. 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 Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Jetzt wieder eine Digi-Mail. So. Da hinten steht einer. Aber hier ist mal nichts. Gut zu wissen. So. 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 Dann machen wir das mal. Oh. Ich bin nur zu schnell. X-Kombo. Ja. so die mund ist jetzt auch auf 100 prozent wieder zwei dgm die gelei nachrichten ja so servus nein wenn ich das gewusst hätte so 200 schaden von 55 schaden gar nicht so schlecht so 13 13 13 13 13 so Da oben ist auch nix. Dann gehen wir mal hier rum. Na toll. Ach komm. Item. Ich muss jetzt aber kurz ins Digi-Labor. Ganz schnell. Keine wieder herrscht. Laden ist hier. Tolles Fleisch. Ach nein. Du hast nur Digi-Farm Sachen. War ja klar irgendwie. Okay. Äh ne. So. Du hast auf 37. 27. 27. 27. 27. Du bist auf 18. Prozentzahlen. Digimon umwandeln. Vanyamon. Kann ich umwandeln. Schön. Und dich auch. Vanyamon. Jokomon. 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 Digi-Bahn. Wundervoll habe ich auch noch hier rumfahren. Gut. So. Dann gehen wir wieder raus. So. Mal auf Spalt Level 2. Und wir schauen mal was passiert. Ein Schluck trinken. Mal auf. Mal auf. Ach hoch. Nein. Da war nix. Ich hab nix gesehen. Ich hab nix gesehen. Ich hab nix gesehen. Nokia, du Schlaue. Diggi-Line. Oh Gott, nein, ist es nicht Chimikin? Ich glaube fast ja Servus Naja Na, sag ich doch Das ist, glaub ich, das mit Chimikin Ach Nein, oder? Freundin bekommen, ja Ich weiß wieder, welche Aufgabe das ist So ein Scheiß So So Wir sind hier, da hinten liegt noch was Okay, Toy Argumon, Patamon und Betamon Bots Okay Bots Ich greif jetzt mal, aber die, meine SP spare ich mir jetzt mal 320, ja Ich glaube das ist mit Freund Erstmal das Ein Lächeln Okay Oh, Zunummern haltet mal was aus Zack Betamon Patamon, du machst keinen Schaden Kometen nochmal, Autsch Boom Dankeschön Danke, jawoll Jetzt aber, Patamon Hurray Klappt doch Patamon Es klappt doch Alle Lymph 14 außer Gargumon Da ist ne Box, die nehmen wir mal mit TP Kapseln C Meine Freundin bekommen Was, nix Putz Patamon Patamon, weil du keinen Schaden machst Muss ich jetzt Luftschuss machen Achso, gegen Betamon Ja Wäre vielleicht gut, wenn ich aufpassen würde, wenn ich wenig angreife Putz So Angriff Ja, ist okay Patamon, perfekt Perfekt Patamon Jetzt bist du auch der wie 14 Gargumon Äh Zack So Digimon Digimon kriegt man Mädchen Auch geil Niniamon Medaille Okay Jump So Äh Du machst mal den hier kaputt Du gehst mal Den hier Auf Toi Agumon Vom Patamon Auch Ist okay Wenn ich die Chance hab Jetzt dann nur ins Digi Lab zu gehen Dann werde ich ins Digi Lab gehen So Um zu gucken was Gargumon braut Zum weiter werden Zack Eine Digi Line Über nix Über Gott und die Welt Verabredung Weiterjumpen wir mal jetzt nicht runter So Speicher ab Das wird aktiviert Jetzt haben wir 30 30 Punkte Platz Okay Zack Zack Was haben wir hier noch Hier drüben noch was Schauen wir mal Eine Kiste Die schnappen wir uns mal Nee Brauchen wir nicht So Jawoll Patamon Schön gemacht Hast du toll gemacht Patamon So Ganz außen rum Nuki hängt da oben fest Ist mir auch egal Gerade TP Spray Was haben wir denn hier Digimon Verwalten Digimon 40 28 15 Hier braucht man Hier braucht man ein bisschen Kamm Da ist Argumon Und Gabumon Okay Angriffsboost Ähm Nee Ja Okay Tentumon du kisch auf Teuerargumon Autsch Ach Okay Ja ist okay Power Energie Teuerargumon Muss weg Napalm Volke Tentumon Tentumon Erledigt So So Okay Machen wir erst mal Freund Okay Digimon Digimon Erledigt Ich wollte eigentlich die anderen zwei auch noch fragen Hätte ich das gewusst Okay Ich wollte noch gucken Ich wollte noch gucken Stimmt 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 Ich hab da noch Mein Access Point geguckt Jawoll Hier ist doch bestimmt Ne Hier war kein Access Point Ich wollte ja gucken was Gargumon braucht Stimmt Lasst mal schnell gucken 21 Minuten Das schaffen wir ja eh nicht mehr in dieser Folge So Digi Lab Digitieren Gargumon Bräuchte Level 30 105 Angriff Und 75 Geschwindigkeit Dann Level 28 65 Angriff 75 Intelligenz Und Geschwindigkeit 50 Kammer Forderlich Patamon Du könntest jetzt eigentlich fast zu angewohnt werden Das ist okay Oder zu Gatamon Genau Bördramon Okay 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 Ryudamon Okay Das kenne ich beides nicht Tentamon Könnte schon zu Caputeremon werden Koromon Koromon Du könntest aber glaube ich auch schon zu Agumon werden Genau So Ich werde es merken ob es ein Fehler war oder nicht So 23 Minuten Ne jetzt schaffen wir nicht mehr Ich weiß jetzt nicht was hier noch abge... Ah ja Okay Jetzt gehen wir erstmal hier lang Raus zum Topaz erhalten Export erhalten So Tentamon erstmal auf Toy Argonon Lauf Tschüss Das gegen... Au Gegen Koromon Okay Ist okay Erstmal teuer Agumon totbeißen Zack Und jetzt kleiner Donnerschlag Und jetzt kleiner Donnerschlag Pentamon Hopp Perfekt Perfekt So 16 16 16 16 Betamon auf 100% So Aber Leute Damit würde ich sagen Ich würde mich freuen Wenn ich es nächstes Mal wieder einschalte Wenn es heißt Let's play Digimon Story Cyber Slurve So ... Oh So mich